Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Escape from Tarkov. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Radetz. Es ist wieder Zeit für eine Runde mit der schallgedämpften MPX. Auf der Map Customs ist es heute besonders dunkel und macht die Sache nicht gerade leichter, aber es macht umso mehr Fun wie ich finde. Ich wünsche euch viel Unterhaltung und los geht es. Ich wünsche euch viel Unterhaltung und die Sache gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, ein Bot. Sniper. War das ein Skeff? Aha. Ich muss schnell nachladen. Ich muss schnell nachladen. Schleifte, klingelte. Schleifte, klingelte. Schleifte, klingelte. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, wo habe ich den eigentlich gekillt? Oh, das ist ziemlich in der Nähe. 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 So, wie spät haben wir denn jetzt? Äh, 40 Minuten. Warte mal, war da nicht eine Taschenlampe? Sah so aus wie eine Taschenlampe. Da kam so ein leichtes Licht, aber vielleicht habe ich mich auch vertan. Vielleicht sah das nur danach aus. Untertitelung des ZDF, 2020 Nicht alle Bots haben Taschenlampen, schade Also das könnte ich dir alle hier schön sammeln Ist hier überhaupt jemand? Und? Okay Irgendwo da drüben ist einer Und? 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 Okay Und? 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 Okay Und? 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 Es kommen neue Bots Und? 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 Aha, vor uns. Action vor uns. I'm going to die. I'm going to die. I'm going to die. Vielen Dank. Könnte sein, dass hier jemand ist? Vielen Dank. Nichts. 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 Ist ne Leiche. Okay. Okay. Schnell nachladen. Okay. 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 Ehm. Machen wir das so. Hey, wo ist jetzt sein Rucksack? Schon wieder eine Saiga. Eine Saiga 9. 303, nehmen wir mit. Okay, so ein Werkzeugset. Gut. Moment, ich habe doch vorhin einen Rucksack weggeschmissen. Da. Ich kann ihn nicht searchen. Naja. Was solls. Eine M133. Da. Drei. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay Leute, ich gehe rein Bitte, 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 eine Sekunde noch Und, und, und Ja, geil, wir haben es geschafft Ich hoffe, dieses Let's Play hat dir soweit gefallen Vergiss nicht, dieses Video zu bewerten Konstruktive Kritik ist sehr erwünscht Oder Vorschläge kannst du gerne unten in die Kommentare schreiben Falls es dir gefallen hat und du weitere Let's Plays von mir sehen möchtest Dann abonniere doch einfach meinen Kanal Wenn du mich bereits abonniert hast Vergiss nicht, die Glocke bei YouTube zu aktivieren Oder wenn du im Livestream mit dabei sein möchtest Kannst du mir gerne auf Twitch folgen Der Link ist unten in der Videobeschreibung Ich wünsche allen einen schönen Tag Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video Ciao Leute Ciao Leute Ciao Leute Ciao Leute Untertitelung. BR 2018